so irgendwo ist was aufgegangen nicht hier das wird jetzt gerade etwas zu viel mh mh nö und ich kann die dinge auch nicht zerstören soweit ich weiß nö ernsthaft das hat das hier auf gemacht das soll es gewesen sein mh ja also juhu ich kann meine dings nachladen ich weiß aber immer noch nicht wie ich da weiterkomme das hat einfach nur hier aufgemacht wenn man in panik herum rennt dann geht das nicht gut aus das ist so hier raus das klappt ja noch aber auch hier ist nichts hier kann ich nur die beiden wieder anzünden und das war's auch schon ja ja ich hätte es schon gefunden wenn man es hier aufmachen könnte aber knöpfe sind ja hier leider etwas mangelware ja wo geht es lang das ist die gute frage da erwartet mich der tod da hätte mich jetzt auch gerade der tod erwartet so heute nicht mit mir hier ja hier würde ich gern rein da habe ich jetzt gerade eben wieder das geschlossen ja wo kommt bleibt der nächste da bleibt der nächste schön nicht so schön bisoppel enas Gpre tempel dann dafür jetzt eine ową ates Habe ich hier noch was? Blinkgate Force Field Nein, Force Field hilft nicht Blinkgate Fizzle? Na Nicht das was ich erreichen wollte Schnell gehe kaputt Nein Geht nicht kaputt Aber warte mal Wenn ich schnell genug bin Okay Vielleicht mit Hast Ich habe eine bessere Idee Jetzt kommt Trick Trick 27 B 12 Wie auch immer Etch, bitch Etch, bitch Ich habe heute auf jeden Fall was aufgemacht Äh bla bla bla, there are watchers here now in showing bla 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 Ich habe heute auf jeden Fall was aufgemacht Mit Trilhosen Hat schon jeder 1 Stormbolter Ja Frostbomb Ein Stein Crossbow Gravel Ist nie verkehrt Eine Münze Und ein Schädel Ja und Irgendwas ist jetzt aufgegangen Und ich habe auch irgendwas anderes Ich habe hier einen Teleporter aktiviert Der mich irgendwo hinführt Der mich irgendwo hinführt Fuuuck Wer hat die Watcheye geladen Wer hat die Watcheye geladen Äh das ist nicht so schön Ja Ja Hier stecke ich da Klebe Uff Uff Er ist nicht mehr ganz so sehr Ja Ja Äh Schockresistenz erhöht Wollte ich Wollte ich jetzt eigentlich nicht Ich wollte eigentlich Im eher Einen Blitz Ins Gesicht Hauen Ähm Ähm The Dark Wundern Turn Mal wieder eine Also ja Also ja Net Hey We have stopped the Watches At once into the Netherlands Well done They will not be able to Train power from this place And into the world Und Aha Mhm Ich bin wieder am Anfang Da fehlt mir noch was Da fehlt mir noch was Da fehlt mir noch was Aber ja Ich würde sagen bevor ich mir jetzt Die Netherlands fertig angucke Mache ich hier erst einmal einen Cut Weil ich jetzt bei der Zeit bin Der Aufnahme Session In der anderen Hälfte der Aufnahme Session Habe ich etwas überzogen Von daher Ja Bis zum nächsten Mal